Heute zeige ich euch, wie ihr diese Banner in Minecraft bauen könnt. Fangen wir an mit dem Netflix-Banner, den könnt ihr hier am Fernseher machen, das ist ziemlich cool. Dafür braucht ihr als erstes einen schwarzen Banner und roten Farbstoff und dann macht ihr dieses rechte hier rein. Dann nehmt ihr euch den Banner und macht hier dieses linke rein. Dann braucht ihr schwarzen Farbstoff und macht hier so ein Fade rein. Dann kommt ein diagonaler roter Streifen, also wieder roter Farbstoff, zack. Und dann der schwarze Farbstoff nochmal und ein Umrandung. Ihr könnt auch coole Poster mit Bannern machen und da könnt ihr einfach kreativ sein. Ich zeige euch mal, wie es aber im Grunde genommen geht. Ihr nehmt einen weißen Banner und macht dann irgendeine Himmelfarbe, die ihr wollt, rein. Ich nehme jetzt zum Beispiel blau und mache den Fade hier rein. Als nächstes kommt dann eine weiße Sonne und dann macht ihr ein Fade von oben rein, sodass das aussieht wie so ein Himmel. Dann macht ihr so ein weißes Dreieck unten rein und dann nehmt ihr grauen Farbstoff und macht hier unten sowas rein, damit es aussieht wie ein Berg. Und schon habt ihr ein cooles Poster.